hallo und willkommen zurück auf der brücke mit mir ralfing lp ja keine modifizieren wollte ich gar nicht wollte natürlich wieder machen ja damit auch ja letzte mission war gar nicht mal so schlecht trotzdem irgendwie habe ich da ein bisschen verpeilt schauen wir heute so machen dürfen ja schöne scheiße was mache ich denn mit der knalle hier bin ich total hängen geblieben gut die mission brauchen wir aber mal gewählt aber mehr als dieses mission briefing gibt es auch nicht wirklich so was haben wir denn hier für türme also wir müssen auf jeden fall das mal ändern ich bin es echt gewohnt dass die boden die erste ist laden was kann man wieder kaufen wir waffen kaufen präzisionskanone schaden 14,6 baby garstic irgendwie schon bock auf so ein ding ne also warte aber die bock mal ein slot ne zwei ja probieren sie mal aus was was kann schon schief gehen ok zurück stellung kaufen was gibt es ein neues normaler flack turm halte ich schwott turm behelfs mg wer ist flack normaler schrotturm behelfs schrotturm ich will aber was ist denn das hat denn hier der normale flackturm 1,3 0,4 wobei der hat schon echt einen hohen rang hier warum hatte denn 0,4 die reichweite ist wahrscheinlich höher oder wenn ich täusche ok ja möchte ich kaufen richtig muss ich aber selber gucken wo ist denn der schwere türme kauf immer wieder was hier behelfs präzisions turmen na klar ich kaufe einfach mal sonst noch was ich habe ja noch 900 habe ich noch normalen mörser turm den habe ich doch schon wollte nicht kaufen ok gegenstelle kaufen nein stelle modifizieren wir haben hier den magneten ok reichweite 0 4 90 40 94 40 das ist das ganz normale wusste da der unterschied vielleicht der turm behelfs flackturm a 07 ne achso flackturm hä nein nicht den schrotturm oder doch jetzt bin ich echt überfragt flack ne nehmen wir den normalen ng-turm würde ich sagen und da unten packen wir uns die flack rein so rum genau zurück und einsatzbereit alles klar so machen wir das heute also erst mg dann dieses sammelding und dann der flackturm ja noch wenn ich es auch richtig machen wird es auch so bleiben dass man hier weiter leute die sich im krim verletzt haben oder fast tot sind wo meine kanone hier rechts auf jeden fall schlecht hat die kommen da schon ok wenn ich schon kommen sollte man immer gleich das gerät hat auf jeden fall power die krim verletzt hat auf jeden fall da ist da ist hier der Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir uns aus dem Himmel kamen. Nein, nicht da drauf schießen. Hartartiger Tenner. Ich mach hier überhaupt nicht. So. Abgestoßen, sehr gut. So, so, so. Ich geb ein bisschen Gas. So, ein Sonnen, ein Sonnen, ein Sonnen. Mein Turm Nummer 1 wird abgerätet und Turm Nummer 2 auch gleich. Wunderbar. Oh, jetzt hab ich hier so einen Sammler hingepackt. Naja, egal. Ich wollte eigentlich eine Flak dahin bauen. Ich hab's irgendwie... Manchmal hab ich's wirklich hier. Okay, von wo können wir noch mehr hier kommen? Von da hinten, ne? Von da unten. Okay, okay. Bis jetzt hab ich nur die Brücke geschützt, was vielleicht ein bisschen weniger ist. Jaja, das hat... Oh, nicht schon wieder die... Ach du Scheiße, was bist du denn jetzt? Äh... Die explodieren doch immer, diese Penner. So kann meine neue Sniper-Tunner. Von sehr, sehr weit weg, ich muss das sein. Das sind seine Sniper sozusagen. Get some long range weaponry on those snipers. They'll tear your trench apart if you don't take care of them quickly. How do you like that? Okay, get some long range weaponry on the top. Okay, gut gemacht. Okay, von au ja. Warte, jetzt noch ne Brücke? Hä? Ah ne, da steht's ja. Ich bin auch doof. Okay, zwei. Ein bisschen Gas geben hier. Ich würde sagen, hier. Ein Platz. Raum hier. Gas. Wo? Also hier müssen wir auf jeden Fall mit meinem eigenen Sniper ran. Ich habe gar nicht Schütztürme, die du auflesen könnt. Da muss ich selbst dran, würde ich sagen. Wenn man PC auch wieder mit spielen will, geht's mal weiter hier. Okay, hier muss ich auf jeden Fall irgendwas machen. Irgendwas ist schon mal gut, würde ich sagen. Darf vielleicht noch so eine Minigun hin? Ah, ich habe nicht genug Schrott rumliegen hier. Kommen die eigentlich von da unten? Wir sind mir immer nicht ganz sicher. Hauptnächste Welle, ich brauche mehr Schrott zu schlagen. Okay, die kommen von da unten. Okay, kommen, ah, da unten auch. Tommy ist okay, alles klar. Einmal hier runter rennen. Gut. Jetzt ist er ja hier. Na ja, ich bin schon da, man. Oh man, meine... Ja, die... Obst du jetzt steht sogar noch wirklich da? Obst du jetzt noch gelegt? Ja, ich bin schon da. Aber halt die, ne? Nicht sehr effektiv gewesen, das Ganze. Wie ich kann... Oh, komm, ein bisschen Schrott noch hier. Komm, 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 komm. Jetzt sage ich, sollte es irgendwann hier eine hinbauen. Und Liga kann hier sein, ich habe... Rifen oder Blitzer, was kommt da an gehörst. Liga haben wir auch gescheit. Okay, Liga und was sind denn Blitzer bitte? Ah. Schießt, oh Gott. Komm, hier. Gut rücken wie ein Verrückter. Das war mies, ey. Da bin ich ja jetzt einfach völlig verrecken gerade. Scheiße, ey. Wofür habe ich denn diese ganzen Dinger hier? ein paar schrotteile römer 60 jahre aber hier packen meine kanonen wo sind wir die nächsten homos hier als nichts gegen homos aber wo sind die im spiel ich mag es aber nicht auch nein die präzision wanda die erste mal auch an 9 die beiden törme geklärt ich glaube ich spinne an dem ich beide gehabt Ja, da wäre diese Sniper-Kanone gar nicht schlecht gewesen, würde ich sagen. Aber leider habe ich die nicht dabei. Schade. Okay, aber bis jetzt schlagen wir uns noch ganz gut. Schauen wir mal, wie die Gegner... Flieger, Flieger... Okay, nur von oben Flieger, alles klar. Beide an, nehmen wir mal ein bisschen drauf. Vielleicht erwischt hier irgendwas. Das tut mir leid, es nicht. Nein, nein, nicht geil, ja. Hä, wo kommt ihr, Alter? Wo kommt ihr, Alter? Okay, alles, alles tot, alles tot. Alles meins. Mehr Schrott für mich. Da hinten darf ich auch noch etwas runtergehen. Gas geben. Okay. Wir graden mal den hier ab. Oh, da habe ich es jetzt gemacht. So, nein, sehr gut. Oh nein, Big Willy, aus der Mitte. Da hatte ich mal diese Dinge abgekürtet, in den Scherz-Turm. Und irgendwo noch was anderes, oder kommt der nur Big Willy? Ah, hier. Schön, dass mein Turm da auch trifft. Das ist gut. Okay, Big Willy. Oh no. Oh, nicht schon wieder, Mann. Oh mein, oh, dieser Scheiß-Geschütz-Turm. Komm, gib. Ach, er muss jetzt an uns drücken, ey. Au drauf hier, komm. Mann. Komm schon, die müssen wir doch kriegen hier. Ja, ja, ich weiß, Mann. Ich seh doch, bin ich blind hier, du Scherz-Geschütz. Komm, Sniper kann nur eine Haut drauf. Immer druf hier, immer druf hier. Komm, upgraden hier. Kannst du mal hier drübenbrett vielleicht auch mal irgendwie eine Kanone impflanzen? Oh nein, da wird sie schon wieder getroffen. Suicidal morons, ja. Da wird halt die richtige Wahl getroffen. Nein, 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 nein. Oh. Nein, nicht schon wieder. Die kommen aus allen Richtungen hier. Oh Mann, ey. Warum bin ich denn immer drauf? Oh, du Scheiß-Star, ey. B. Wir haben auf der Tastatur verschiedene Orte suchen mir. Meine Kamera ist zu reparieren. Okay, wir schießen jetzt schon wieder auf uns hier. Eine ganze Reihe Vollidioten. Wo ist denn bitte... Wo sind meine Geschütz-Mobile überhaupt? Sag ich mal. Ey bitte, was war denn hier los, ey? Mir total gefällt dir die Abwehr, ey. Du hier, mein Freund? Ah ja, ist ne Flak, alles klar. Ah Mensch, ich hab hier keine... Hm, kein Schropp! Was kommt denn jetzt hier? Was? Präzisionsseite. Okay, aber der hier macht sich auch ganz gut mit demwagen Tom. Was, wo sind die Nechsten? Wie sind die Nechsten? Dope. D-ieeeи! ok hier die wir geschützt haben doch der macht schon was mehr aber nicht wirklich jetzt sagen einfach mal mitten in den weg dann könnte man hier noch mal schnell ab hier kurz morgen johann vor Ort von drüben morgen ist da los keine da wo ich definitiv mehr schutz hier Die sagen hier auch scheiße. Auf beiden Seiten aber, ne? Die sind echt schwach ausgerüstet hier. Da hätte ich mal lieber so... ...Mörser-Typen nehmen sollen oder so. Puh, mein Gebäude hat auf jeden Fall nicht viel Energie, so wie es aussieht. So, hier. Upgraden. Den da hinten. Hier sollten wir aber auch noch mal so unten sitzen. Für was, was? Look up, hier. Oh nein, ich bin hier zu. Keiner, ey. Ich muss doch echt hier... Was? Ich muss auf die... Ich kümmere mich ja... Komm, die Geschütze müssen das machen hier für mich. Wir müssen doch gut sein hier. Oh, ich bin schon wieder. Oh, ich bin wahrscheinlich Z drücken oder so. Wo ist denn meine Tasche? Hey, komm. Oh, hier. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Gib Gas, Mann. Ich muss doch drücken die Jungs wechseln lassen. Oh Gott, jetzt auch noch die, ey. Oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's hier richtig rund. Das... Oh, nicht schon wieder. Jetzt auch noch mein dumm Ding. Oh. Oh, genau. Das war's, meine Freunde. Schaut euch mal das an. Ich drehe schon mit dem Fuß auf die Kiste. Ey, wie soll ich das denn schaffen, ey? Bitte, wie soll ich das denn schaffen? Ja, ey, bitte, ey. Das ist doch witzig. Ja, äh, pff... Ey. Okay. Mal wieder festgestellt, ich habe die falsche Ausrüstung gewählt für diese Mission. Da waren jetzt meine Waffen echt zu leicht. Ich meine, die Sniper, die ich da dabei hatte, die war gut, muss ich sagen. Aber die Geschützt-Tummel, die ich gebaut habe mit den MGs nur... Und ich meine, Lufteinheiten kamen ja so gut wie gar keine. Ja, das hätte ich vielleicht mal ein bisschen anders zu strukturieren sollen. Kriegsbeute habe ich natürlich gar nichts bekommen. Vielleicht kriege ich ein paar Dollar. Ja, ganz knapp hier am nächsten Level sechs vorbeigeschrammt. Und ne, nicht mal ein paar Dollar kriege ich, schade. Aber gut, ich hätte es noch nicht verdient. Hier, neuer Mod, den haben wir bekommen. Ja, schnell zurück ins Schiff und fortfahren. Habe ich hier irgendein Level geschafft? Waffenskills? Kills-Stufe? Ah, immer noch nicht, ey. Neuen Feen, ey. Super. Persönliche Daten. Juhu. Präzisions-Skills-Stufe. Hier. Habe ich eine Belohnung bekommen. Schön. Und hier Maschinengewehr-Skills? Bin ich schon vollständig. Bin schon weit darüber, alles klar. Soll ich mal andere Waffen kaufen vielleicht? Ja, schade. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir das Ganze besser. Wir kaufen uns andere Waffen oder einen anderen Körper für unseren Tank hier. Ich nenne jetzt einfach mal Tank. Bis bald. Daumen hoch. Ciao. Los Victos 왓 gibt einen Bis bald.